So Leute, willkommen zurück zu Monster Under Rise. Willkommen zurück, weil FoodUp, dein Fortschritt ist wirklich bemerkenswert. Das war bei deinem Talent aber zu erwarten. Du kannst jetzt zwei Sternquests annehmen und erhältst somit Zugang zu neuen Orten und der Sandebene und dem Flutwald. Möchtest du die Questliste durchsehen? Ja, natürlich möchte ich das. Ich möchte auch meine optionale Nebenquests angucken. Okay. Na ja, Stufe 1 sind wir komplett durch. Und jetzt haben wir ganz viele Stufe 2 Missionen. Ja, ich muss gestehen, ich würde gerne in die Frostinsel, damit ich diese Quest abgeben habe. Irgendwas mit Frostinsel. Ich guck mal. Äh, ja, wir haben einen Kezu in der, in der, in der Frost. Kezu oder die Rangelnden Raufbolde, da müssen wir den, da müssen wir zwei Viecher töten. Einmal das Tetra Pak und einmal den Lango, 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 Lango. Also den Hasen. Also den Hasen. Kezu oder beide? Er will die beste Battle-Theme in diesem Spiel hören. Wieso? Einmal den Kezu. Da hole ich mir meine Flinte wieder. Wirst du gleich schon. Bei der Musik. Äh, der Staffel. Beitreten. Beitreten. Ich hätte zwar gerne Feuerknarre, aber den Kezu, den mache ich nicht ohne. Kezu? 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 Hm. Ich meine, es ist kurz. Beitreten fehlt geschlagen. So, tue er es noch einmal. Ich versuche es, aber es will nicht. Irgendwann. Warum? Kann sein. Ich kann jetzt Lotterie spielen. Ja, immer wenn diese Melodie im Hintergrund ist, die so pfeift, ist Lotterie-Zeit. Ja, aber das Problem ist, ich habe kein Geld. Ja. Ich auch nicht, Urs. Ich auch nicht. Aber es kann auch sein, dass du erst mit der Frau reden musst. Hab ich schon. Ich will nicht. Kann der Dicke vielleicht noch mit mir reden? Doch, die Frau sollte mit dir reden. Ja, die, die, die hat's ja schon mit mir. Die hat schon, die hat schon durchge... Deswegen, die hat ja schon. Ja, dann. So, vielleicht kann ich jetzt... Kann ich jetzt mit... Ja, jetzt gar nicht. Ja, ich muss den, musst du noch einmal mit dem Dicken reden. Ah, okay. Der Dicke wollte noch einmal was von mir. Dann. Okay. Dann, äh... Machen Sie sich bereit, Mr. Schredder. Oh, hoch wie breit. Hoch wie breit. Hoch wie breit. Wir sind bereit. Oh, das Vieh wird... Interessant. Ritzelnd. Mach's nicht so spannend hier. Mach's nicht so spannend, Kollege. Hier ist Mr. Pee. Aber keine neue, äh, keine neue, äh, Ding. Weil wir auch keine neue Landschaft haben. Ja, du wolltest ja keine neue Landschaft. Ja, ist ja okay. Ihr wollt ja nur... Im Singleplayer... Im Singleplayer hast du... Nur... Wenn du zum ersten Mal... Eine Art von Monster machst, kriegst du auch noch mal von den Monstern eine Einflug. Aber das ist vor allem die Questrunde. Die Sequenz. Keine Objektebeutel ist voll. Ihr wollt alle keine Heilung, oder was? Ich hab meine. So, dann... Nimm ich alle mit. Ich hab's vergessen. Ich nehm alles. Alles mir. Ja, bedien dich. Ich hab ja Heilung dabei, so ist ja nicht. Ach so, warte mal. Ich hab ja keinen Wofel, ich hab ja eine Katze. Ja. Jetzt musst du per Hand laufen. Lauf auf den Händen laufen. Ups. Ich hab schon in meinen ersten Haltrand genommen aus Versehen. Denk schon wieder gut an. Bist du wieder mit Controller, ne? Ja, ich bin wieder mit Controller. Merkt man. Ja, ja. Das war wie ein Donneckever jetzt. Oh, Schneekraut. Sehr schön. Da krieg ich wieder Eismunition raus. Alles nehmen, alles mitnehmen hier. Ja, das sowieso. So, und hier gibt's noch Knochen. Da ist noch. Ja, Miau. Die Miau, dich sammelt auch mit. Glückswesen gefunden? Ja. Wo seid ihr denn? Wenn ich das wüsste. Da, wo das Symbol der Waffe in Rot und in Blau her schwebt. Merk schon. Oh, 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 oh. Ich verliere, ich verliere. Oh, shit. Was verlierst du? Vems. Was ist das? Was ist das? Ich sehe einen Visa-Namen. Ich sehe einen Visa-Namen. Ich komme. Langsam. Oh, da ist genau der, gegen den wir letztes Mal gekämpft haben. Das komische Krokodil. Ja, gegen das müssen wir aber nicht kämpfen. Jetzt. Das ist gut. Ich wollte auch nicht gegen das kämpfen. Ich sehe ihn. Er fliegt. Und jetzt geht raus. Das ist gut. Dann gucke ich mich nämlich hier mal in der Höhle gerade um. Äh. Ja. Wo seid ihr denn? Ich bin in seinem Zuhause. Immer dran denken, ich bin nicht so schnell mehr. Ich habe keinen Wuffel mehr. Stimmt. Mit ein bisschen Warten. Ja, das ist okay. Das Vieh ist sowieso hinter dir. Nee, das ist vor mir. Nee, vor dir. Ach stimmt, das war das andere. Ich habe das Tetra auf den geguckt. So, das ist der Käse. Das hat geschrien. Hörst du, hörst du diese sagenhafte Musik von dem Käse? Nö, macht gar nichts. Ja, das ist genau die, das ist die Battlefield von dem Käse. Keine Musik. Ah. Weil er kann dich nämlich nicht sehen. Ein Käse hat keine Augen. Autsch. Machen wir mal. Beginnen wir doch mal die Runde mit einem Knall. Das bin ich froh, dass ich Schütze bin. Oh, jetzt hat er mir die Heilung abgebrochen mit seinem Scheißschrei. Ja. Oh, Alter. Okay, ich nehme noch einen Halt dran, habe ich gehört. Willkommen in Monster Hunter. Der sieht mich nicht und ich bin weit weg. Und ich bin jetzt gleich down. Ich bin down. Weil ich nicht mal aufgestanden bin. Aber du hast uns geheilt. Danke dafür. Bitte. Oh, wo muss ich jetzt denn? Oh, der Gott, ich bin am Arsch der Welt. Helfen, Leute. Ja. Wie ich bei euch bin. Auch danke dir für den Follow. Oh, ich angekommen bin. Das dauert ja Jahre. Ja, keine Sorge. Wir kämpfen derweil. Versuch einfach zu überleben, sobald du wieder da bist. Wolf, habe ich den Dupin gelegt. Achtung, er schläft gleich. Ja. Oh nein, das ist die Schildkröte. Ich will nicht, dass die Schildkröte zu mir kommt. Bleib weg. Wolf, ich habe gesagt, er schläft gleich. Ja, ich schläft ihn auf. Entschuldigung, aber das war mein Spezialschuss. Ich habe einen Haufen Schaden an dem Vieh gemacht. Ah, gut. Dann beschwere ich mich nicht. Ich schläft mich noch mal die Füße an, was wir mit dem Füße gehen. Mit was? Mit dem Füße, 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 mit dem Füße. Oh, okay. Ähm, entweder mit der mittlere Maustaste und. Oh, und die Schildkröte ist bei uns. Ja, sehr gut. Mir lieber, als wenn sie bei mir ist. Ich schnapp mir mal ein paar Käse-Materialien. Rieser, prögel das Füße um. Ja, mach ich. Nein, nein, ich habe den anderen, den großen gefunden. Der haut mich. Lauf weg und komm zu uns. Ich versuch's. Aber dafür will ich erstmal um ihn herum. Ami in Briemen. Ihr macht hier nichts, wenn ich mir auch nichts mache. Hahaha. Da will ich doch nur einstehen, Mann. Da hat er gemacht. Da hat er mal eine Stelle gegeben. Wolf, ich habe mal den Wasserwerfer aktiviert. Ich sehe es. Hau da. Ich lasse mal nochmal aus. Nein, bleib weg. Alter, ich bringe euch Besuch mit. Das ist okay, der war eben schon da. Nee, nicht die Schildkröte. Das ist okay, der kann den Käse auch einschläfern. Der war eben auch schon da. Au. Quatsch. Alter, was ist der ein Schaden? Das macht das ja übel. Ja, wir haben nicht wirklich viel Donnerresistenz. Aber Herr Oden. Okay, ich muss einmal gucken. Wie war das jetzt nochmal? Nee. So. Und ich war so ein Dings da. So ein Gegengift. So. Gegengift bringt nichts. Brauchst du eine Nullbeere. Nee. Bringt. Du brauchst eine Nullgache. Nullbeere. Ich habe die falsche Falle für ihn dabei. Sehr gut. Warum hast du die Schockfalle dabei? Äh, Leute. Da ist ein, ist ein, ist ein. Da habe ich eine ganz schlechte. Oh doch, ich habe aufgefüllt. Also für einen Notfall, ich habe die richtige Falle dabei. Okay, ich muss mal gucken, ob ich nicht doch das Ding habe. Das Zeug geht aber sowieso nach einem Moment weg. Also keine Sorge. Genau. Eine Minute bleibt der Effekt. Ja. Ich bin unterwegs. Folge mir nicht. Nein, ich will dir auch nicht folgen. Ich will wieder Hausfüllen, wie ich dieses... Mittleren Maustasten zurück. Genau. Das habe ich mir noch. Oh, jetzt habe ich mir noch. Wenn ich euch diese Mini-Quest wegsehe, hätte ich endlich. Ey, woher bin ich, Blut? Was ist das, du Mistfee? Ich habe vorne. Komm mal. Ich habe die Gerichten unterwegs. Der Käse hat die Dauer fest. Käse. Käse und die Dauer fest. Trinkt nach einem guten Film. Ich bin noch voll... Ach, okay. Ah, ja. Immer schön ins Gesicht. Siehst du ja, was ich mag. Ja, ja, ich schieße ihm auch ins Gesicht. Das hat schön viele Trefferpunkte beim Käse. Der ist ein bisschen größer als die kleinen Viecher, die wir bisher hatten. Ach, ich habe mir was gebrochen. Ja. Muhaha. Das Gesicht habe ich ihm gebrochen. So gehört sich das. Oh Gott, er kommt zu mir. Sehr gut. Eine Armlänge Abstand, okay. So zum Glück hat er so einen langen Hals. Da geht das trotzdem. Halb hier. Uh, das war knapp. Ach, das hat weh. Weg. Nein, nein. Nicht mich anschreien. Ich bin unschuldig. Weg. Abstand halten. Wieder da. Ah. Oh, oh. Nein, ich bin wieder weg. Ich greife von hinten an. Ich bin ein Angsthörer. Ich greife von hinten an. Geh weg. Weißt du, jetzt habe ich meine neue Combo gelernt. Und was mache ich? Ich gehe in den Fernkampf. Au, au, au. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Aber... Oh nein, 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 nein. Ich bin nicht sterben. Braucht ihr Heilmunition? Nö. Nein, nein. Doch nicht. Okay. Stimmt, ich habe ja Frost und Piercing kombiniert. Aber warte, jetzt rennt er wieder weg. Ah ja, stimmt. Das ist neu. Das ist neu, ja. Ich habe jetzt auch die Elemente als Piercing. Ja, habe ich. Ich habe Frostpiercing dabei. Und Wasserpiercing kann die Waffe nicht laden. Schade. Ja, Wasser macht dem Vieh eh nichts. Ganz voll vergessen, habe ich es schon probiert. Ja, wir... Wir machen mal ohne Hund rennen. Was? Sonst kommt der Hund nicht hinterher. Okay. Ich will, dass meine Katze halt auch mal levelt. Ja, das ist ja in Ordnung. Vollkommen legitim. Hat man dann eigentlich im Singleplayer beide dabei? Ja. Im Singleplayer hast du beide dabei. Sehr schön. Auch mal ja auch. Okay, Eis geht dem Vieh auch am Arsch vorbei. Du kannst aber auch zwei Katzen und zwei Hunde. Oder zwei Hunde. Wow. Gutes Ausweichmanöver, wie gesagt. Ähm, das ist so ein Seitenspringer von mir. Damit mach ich auch übelst viel Schaden. Autsch. Trotz kriegt auch übelst viel Schaden. Ja, ich krieg auch grad übelst viel Schaden. Und ich würd gerne aufstehen. Trotz, ich mach dich mal wieder fit. Das ist gut. Hab mir gedacht, das tut ihr ganz gut. Dann war deine Ausdauer leer. Wir haben nämlich nur noch eine Chance. Ich hab ja auch schon eine verbraten. Ich werd das Vieh fangen. Allerdings noch nicht jetzt. Das ist noch nicht stark. Also noch nicht genug geschwächt. Äh, wenn meine Attacke läuft, dann fähre ich weg, der Sack. Au, au, nicht anstreuen. Holt's halt dein Leben hoch. Blitzbombe bringt bei dem Vieh sehr viel. Ich weiß. Ist das so ein komischer Baum? Das ist ein Heilbaum von der Katze. Ah, okay. Sehr gut. Mach die. Katze. Ah, bedenken, 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 bedenken. Und jetzt, czech, hier. Es gibt Schläge. Auf deinen Taill. Humpelt er schon? Nein. Nein, bedenken, bedenken, bedenken. Gebe, be, 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 be. Lass uns Bumpe. Huch. Huch. Ich reiz mich schon wieder an, hör auf! Als Zeit hat er mal rumpelt. Oh, ich wollte gerade den Ausweichstrung machen. Ich riskiere nix, ich schieße dich jetzt direkt ab. Sehr gut, mach das. Er könnte mal aber Pizze ziehen. Davon, weil dann macht er nicht so viel Elektro. Aber er ist gerade nicht. Das kann ich ändern. Toi, äh. Ja. Doch, du kannst einen Angriff gegen den Baum machen. Dann aktivierst du ihn automatisch. Äh. Eigentlich gibt es gerne die, äh. Warte mal, wie stecke ich nochmal meine Waffe weg? Verdammt. Du kannst auch, du kannst auch die Kriege einfach angreifen. Alles gut. So, erstmal wieder ein. Guter Baum. Hallo Fisch. Zack. Zack Fisch. Backfisch? Ja. Zack Fisch. Bam, 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 bam. So. Drückt ihr euch jetzt mit Fisch? Ja. Ja, ich habe mir kurz mit einem Fisch gebrügt. Mit Fisch? Der Hutts möchte den Gaijau. Ja. Ja. Gibt es eigentlich das Schlammvieh hier auch, den großen Gaijau? Oder den Chef von dem Gaijau? Wo müssen wir hin? Ähm, wir müssen in Gebiet Richtung 1 Also laufe den Wolf hinterher. Oder auch rennst du den Berg hoch? Äh, äh. Der Wolf ist den Berg hoch. Wolf, hier gibt's Würfern. Hier gibt's Würfern. Was gibt's da? Wo ich stehe. Würfern Munition. Ist egal, kann ich nicht laden mit der Waffe. Okay. Ich hätte gerne einen Erz, wenn einer gefunden hätte. Auch immer noch Erz. Wir haben einen Käse. Ja, den habe ich auch gesehen. Käse. Oh nein, hör doch immer auf zu schreien. Ich höre schon wieder an. Hör mit auf. Alter. Okay. Nein. Nein. Muss nicht. Okay. Ähm. Ich will mal kurz mein Messer schleifen. Ja. Ja, es funktioniert so halbwegs. Warte, warte, warte. Wo ist das denn? Scheiße, ich bin betäubt. Nein. Oh. Fang hat mich gerettet. Aber ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Schleifen, 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 schleifen. Okay, bin wieder fit. Was? Oh, ein kleines Drecksweg. Was will ich jetzt nicht mehr anlehnen? Gut da. Wieder hier. Ja, hallo da, da. Vorsicht. Autsch. Das hat weh. Das hat sehr weh. Wie ich da geblitzt links hab. Da haben wir das. Das hier haben wir wieder auf. Auf einer Seite. Ah, das ist mega funkt. Ah, ah, ah. Ich will nicht hingehen. Oh, schön. Ihr habt den Körper getroffen. Warhutz. Ah, jetzt macht meine Waffe auch wieder Schaden. Erhumpelt. Oh. Erhumpelt. Ja, der fliegt sowieso weg. Wir holen ihn drüben. In der Höhle. Wo Hutz schon war. Ja, ich war da auch schon. Da hab ich ihn zuerst getroffen. Wolf, ich hab ihn schon einmal angehört. Oder so semi-gold. Arbeitstress momentan ein wenig. Aber sonst ganz gut. Und bei dir? Nun ist Wochenende. Aber Arbeit ist soweit noch gut. Ich hab am Montag noch einen Job gesucht. Mitten während der Arbeit. Und dann seh ich mal wie es mir über die Tage nach... Ah. Klingt nach Booster-Impfung. Ja, und Smaug, du Borde... Sorry. Ich hab's gesehen. Kriegst du. Ja, Hutz... Macht sich gar nicht mehr die Mühe sich in Bewegung zu setzen. Ja, er weiß. Das Monster wird eh gleich gefangen. Ich komm ja nicht hin. Ich bin eh viel zu langsam. Bis ich bei euch bin... Also ich nehme ich über die Nullbähre noch mit. Dann auch kannst du, kannst ja noch ein bisschen... Erz oder Erz oder Erz. Oder hinten in der Höhe. Unter dem Lager. Unter dem Hauptlager. Irmgebiet 2. Oh Herr Gott, bis ich bei euch bin. das dauert ja ewig. Dann gehen im Gebiet 2, da gibt es auch Ärzte. Also jetzt nach links abbiegen. Bitte wiegen Sie links ab, das Pisa Navi hat gesprochen. Also rechts abbiegen, genau, und danach rechts abbiegen, in die Höhle einbiegen. Noch kannst du. Ja, 20 Sekunden. Das Schlimme ist, wie soll ich denn jetzt? Ich habe es noch nicht mal gefunden. Du musst noch über die Spalte springen. Auf der anderen Seite, genau. Jetzt da. Der Moderna habe ich jetzt auch. Also ich habe, ich habe jetzt mittlerweile auch alles in mir drin, ich habe jetzt AstraZeneca in mir drin, ich habe Biontech in mir drin und Moderna habe ich auch schnell in mir drin. Also ich habe auch von allem habe ich schon eins bekommen. Nur Johnson & Johnson nicht. Und Sputnik und wie die anderen hießen, die keiner kennt. Der Schiener ist nicht gestorben. Ja, das lief doch gut. Also abgesehen davon, dass jeder von euch einmal gestorben ist, lief es gut. Ich will wieder zu meinem Rüstungsman. Wieder. So. Doppelkling. Muss ich eigentlich noch verbessern. Gib mir, gib mir Verbesserung. Geht alles nicht. Kann nichts verbessern. Ich habe kein Erz. Leute, ich brauche Erze. Da kann ich dir Expeditionen empfehlen. Und dann? Da kannst du frei rumlaufen und kannst einfach dahin gehen, wo die Erze sind und kannst dir welche abkloppen. Genau. Und kannst du unendlich oft sterben, ohne dass du irgendwelche negativen Effekte hast. Ähm, boom, blum. Astra steht bei mir noch auf der To-Do-Liste. Wux, jo. Wobei dieses Weekend leider Auge-Weekend ist. Also wenig frei. Eiken hat ja erst Astra, dann Moderna und letztens Biontech. Ja, bei mir war es umgekehrt. Ich hatte erst Astra, dann Biontech und dann Moderna. Ne. Quatsch. Iron-Check hatte ich noch gar nicht. Fällt mir gerade auf. Ich hatte Astra, Moderna. Ja. Was ist denn das Wochenende angesagt? Bei mir lernen, lernen, lernen. Schäm dich kurz. Ja. Habt ja recht. Oh, kann mir nichts leisten. Bei mir kann ich, ich darf morgen endlich mal wieder Bulling spielen. Oh. Denn extra für den Spieltag macht unsere Bullinghalle auf. Das ist ja mal nice. Ja. Mal schauen, ob ich noch kann. Ne, bestimmt nicht. Da sind die Kugeln jetzt zu schwer für dich. Ne, glaube ich nicht. Ich habe das Dreivierteljahr nicht trainiert letztes Jahr. Und da, da habe ich auch gleich erstes Spiel 200 noch was geworfen. Gut, danach bin ich extrem schlecht gewesen. Ja, du könntest mich wahrscheinlich immer noch besiegen mit einem Bein auf dem Rücken. Einen Arm auf dem... Das könnte möglich sein. Ich habe immer recht. Äh, Wuchs, ja, ich bin zum Glück raus aus dem Porten. Aber ich gehe mit meinen Eltern in den Wald zum Holz sägen. Naja. Oh. Viel Spaß, Wuchs. Auf. Ja, äh, ich wollte ja jetzt noch so ein Ding. Ich wollte ja jetzt noch einen Wuchs kaufen. Ich wollte noch einen Wuchs kaufen gehen. So. Mhm. Es gibt keinen Käsebaum für meine Waffen. Furchtbar. Abadiba, abadiba. Es gibt einen sehr interessanten Morph-Ax-Käsebaum. Okay. Das ist so ein Käse-Mund, wo ein Schweizer Taschenmesser rausschaut. Oh. Danke. Danach gibt es von Vatys selbst... äh, brauten... äh, was? Der räucherten Lachs. Oh. 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 Selbstgeräucherte Lachs ist natürlich mega. Ja. So. Waddi. Ich will anwählen. Gut. Dann war es das aber mal für diesen Part. Wenn wir keine neue Rüstung oder irgendwas kriegen, dann lasst ihr uns jetzt zumindest ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es denn dann weitergeht mit Monster Hunter Rise. Bis dann. Tschüss. Guckst du, ist jetzt der da.